Na, Fettsack, wie viel hast du denn heute wieder zugenommen? Ha, der war gut, Joel. Dieser Fettsack hat sicher schon einige Cheeseburger gegessen heute. Loser! Wir haben uns bei Prof. Dr. Matt von Wittenberg erkundigt, was denn dieses Produkt so einzigartig war. Als ich vor einigen Monaten durch Zufall auf diese unglaubliche Formel gestossen bin, fiel ich zuerst aus allen Wolken. Durch dieses Produkt werden die Diätquallen unserer Kunden in Luft aufgelöst. Diese Bilder lassen sehr deutlich erkennen, dass dieses Produkt in nur einem Tag enorme Fortschritte macht. Wirklich, sehr erstaunlich. Doch das war ja nur die Theorie. Wie sieht denn nun die Realität aus? Ich kann nicht mehr! Na komm, Fettklusse, schon das dritte Mal, dass ich dich überwunden. Lass mich doch in Ruhe, du Arsch! Schlag mich doch, komm! Dem wird das Lachen schon noch vergehen. Trinke Vitastar, ein kleiner Schritt, und du bleibst fit!